Ist jemand hier? Ja, einsame Hütte, Axt. Axtmörder. Na, sehr gut. Essen. Axtmörder. Ich wollte es aber nicht haben, ne? Na ja, Blut und Zerstörung im Normalfall. Ein Krieg zwischen Engels und Dämonen. Aber Lilith serves neither side. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Am ich... Corrupted? Noch nicht. Aber Sie haben auch eine Verbindung. Was machen Sie damit? Use es. Findet ihr, was sie nachher ist. Mhm. Und nun? okay also hier und hier mal wirklich was machen dann tun wir jetzt was wir rennen los wäre eine nach oben zurecht sein kann ich jetzt noch was machen damit ich habe ich ja gerade versehentlich eine kleine Kleine Armee. Mhm. Okay, bin mir nicht ganz sicher, ob wir den wirklich wecken wollen. Weil der Engel als böser Gegenspieler Zylilis tot und verderben mit sich bringt, andererseits. Vielleicht ist er der Einzige, der sie besiegen kann. Wie geht das so wohl? So, haben wir das hier eigentlich alles jetzt erwischt? Ja, sah gut aus, ne? Läuft. Auf, weiter geht's. Wieder mal was übersehen. Ich frag mich, wozu diese Bärchen sind. So, wo bin ich denn jetzt? Okay. Okay. Hm? Ist da was gegen Frauen, oder was? Jo? Ha! Ähm. Hm. Wir gehen mal Pride. Was mache ich jetzt damit? Ah, mache ich das selber. Das warte später. Kann ich jetzt durch? Okay. Total, total, ich bin total erleichtert. So, und dann? Yippie, 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 Schweinebacken. So. What did you write on a little piece of wood? Something about hubris or pride, perhaps? Mhm. I'll limit his axes. Mhm. Okay. Pre-order. Okay, dann klärt pre-ordern sollen. Okay, ist auch recht. Hab ich nicht gewartet. Okay. I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what party plays in all this. But first I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Okay. Rotendienste. Super. Äh, bitte, 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 bitte. Wie kryptisch. Gut. Gut. Rutte. Swayback. Cloudy eyes. This poor thing is practically crow bait. With what you're paying, you're lucky she has four legs. Mhm. Ah, okay. Hm. Schamann! Na gut, 20. Entschuldigung hält sich in Grenzen. So. Ich weiß nicht, wie das Symbol dafür ist. Ich weiß nicht. Juhu, das nehme ich. Ich? Ich weiß nicht. Ich kann weg. Giftwiderstand oder mehr? Ach, ich nehme noch mal Giftwiderstand. Vielleicht steht es hier ein bisschen besser. Egal. Kann ich jetzt auch schwer sehen? Komisches Symbol drauf. Gut, das war jetzt noch. So. Jetzt habe ich das. Was mache ich jetzt damit? Das hier. Okay, das ist jetzt das komische Symbol. Was mache ich jetzt damit? Hä? Kann ich jetzt irgendwas machen? Ne. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich kaputt gemacht? Ah! Kann ich das jetzt haben? Nein. Kann ich das nicht haben? Kann ich das nicht haben? Nein. Was mache ich damit? Ich habe ja auch nichts. Okay. Äh, nein. Hä? Ich schneide nicht wofür das ist. Okay, ich sehe schon gleich. Ich muss was nachlesen. Was habe ich jetzt getan? Ist jetzt weg. Das Ding ist auch weg. Geld habe ich auch keins gekriegt. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, dann fisch ab. Was? Ich verstehe noch. So, warte mal. Ich habe das jetzt nicht gekauft, was ich hätte kaufen sollen. Irgendwas falsch gemacht? Äh. Habe ich jetzt irgendwas verkauft, das ich nicht hätte verkaufen sollen? Okay, jetzt ist mir gerade ein bisschen. Pick up the strange emulet. Emulet? Oh. Ja, er hat das falsch verkauft. Ich habe das falsch verkauft. Das finde ich jetzt ganz doof. Okay. Oh. das lag also vorne habe ich nicht gemacht toll noch mal mitnehmen manchmal hilft ja auch lesen amulett mhm So, Moment, soll ich jetzt mitgehen oder was eigenes machen? Es gibt nichts, was wir können damit machen. Der Wanderer, in der Wanderer, in der Wanderer, in der Wanderer, schlug die Blut von Lilith, schlug von einem slag von einem Monk. Differenzierungen und Wanderer, in der Wanderer, in der Wanderer, bei was? Besten? Oder ein größer Wanderer, auf die Stränge? Okay. Ja, und nun? Also manche Fähigkeiten brauchen, Fähigkeiten brauchen, finde ich geil. Das war so. Achso, noch ein Mann, warte mal. Nein, den kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. Mhm, mhm. Das wird toll. Ich frage schon. So, wer ist er hier? Wer bist denn du? Oh, dann rennt man hier durchs Game. Okay. Okay. Okay, neue Aufgabe. Okay. 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 Okay.